Mmh Genial Daneben, heute mit Telefon singen Guido Tanz, Barbara Schöneberger, Georg Ecker und Bernhard Proecker Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Abend Wir begrüßen Sie fantastisch, Souvenial Daneben Wir werden viel Spaß haben heute Und ich hoffe, dass Sie auch viel Geld kriegen Viele Einsendungen sind gekommen Und ein paar von Ihnen werden sich heute Abend freuen Und werden sagen, ey, das ist ja meine Frage Und heute wieder zwei Damen bei uns zu Gast Lass dir das nicht bieten, Guido Ich bin doch gar nicht gemein Aber der Guido blonde Haare hat nichts Aber es stimmt, die Brille macht Sie etwas femininer, Herr Baller Ist doch wahr Sehr schönes Modell Sie haben gewusst, worauf ich anspreche Natürlich Er kann aber auch alles tragen Ist ein Pastelltuch Ich freue mich auch sehr, dass Barbara heute wieder dabei ist Ich freue mich auch Schön, dass er so viele persönliche Dinge miteinander austauschen kann Ja, das ist sehr schön Ich freue mich Herr Hureka, Sie halten Sie sich bitte heute zurück Ja Ja Nicht wieder so vorlaut sein Um das geht's Zum Beispiel Ines Rieder aus München Kennt jemand Ines Rieder? Noch nicht Jetzt aber gleich Ines möchte wissen Was ist die Kahn-Stellung? Oh K-A-R-A-M-B-O Ich bin auch eine Kahn-Stellung Geht doch schnell ran mit der Kamera schnell ran Dieses Geruch Das ist die Gange Man muss die Bälle festhalten Das ist total schöner. Das passt ja. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit unserem Tourwart Nr. 1 zu tun hat, sondern vielleicht mit einem Kahn, einem kleinen Bötchen. Wir sind an einem Pier und vielleicht hat es etwas damit zu tun, wie man diese Pümpel da am Kai einstellt oder Seile, mit denen man Bötchen oder große Yachten befestigt. Die Kahnstellung ist vielleicht die, dass mehrere Dinge nebeneinander stehen und trotzdem benutzt werden dürfen. Weil zum Beispiel mein Urlaub letztens auf dem Eiselmeer. Wir sind mit einem Segelboot gefahren und haben dort in den Häfen die Segelboote nebeneinander gelegt. Und wenn man aus dem Äußersten war, durfte man... Also das sind so viele Sachen, die ich nicht glaube. Wozu braucht der ein Segelboot? Ist K-A-H-N mit Punkten dazwischen? Du bist ja wieder super vorbereitet. Mit Punkten dazwischen? Ich glaube die Kahnstellung ist etwas, was die Form eines Kahnes hat. Wie zum Beispiel die Stellung, in der die Vögel in den Süden ziehen. Das ist richtig soweit. Was, was, was? Könntest du mich schnell wiederholen? Herr Beiner. Ich wiederhole mich. Herr Beiner, tu war wer? Ist das jetzt eine Finte oder stimmt es wirklich? Das ist richtig soweit, dass es die Form eines Kahnes hat. Aber was? Achso. Achso, aber nicht die Vögelchen. Nein. Wir sind nicht im Tier. Das Problem ist ja, dass Bernhard sich jetzt nicht mehr erinnern kann, was er gerade gesagt hat. Und ich habe nur gehört, Kahn, Stellung, Vögel. Und ich kriege... Es wird nicht stimmen, aber ich bin gerade im Skifahren gerade angekommen und es gibt natürlich den Schneeflug, der einfach nur so genannt wird, damit auch der gemeine Holländer wahrscheinlich dann versteht, was der deutsche Skilehrer oder der österreichische Skilehrer meint. In Wirklichkeit geht aber ein Kahn ja vorne so spitz zu und ich glaube der Schneeflug heißt in der richtigen Formulierung Kahn-Stellung und das ist beim Skifahren. Ich glaube, dass es ist, wenn ein Staatsbesuch kommt und die Karossen fahren geradeaus und dann fahren doch die Motorräder, eskortieren kahnförmig eine Eskorte. Zwei vorne weg. Finde ich gut. Sehr gut. Dabei bleiben wir. Georg? Ich finde, ein Kahn ist oval. Was? Ein Kahn ist doch eher oval oder nicht? Hinten bitte? Spitz zulaufen vorne, aber oval. Es ist nicht Oliver Kahn, es ist nicht Aga Kahn, es ist der Kahn wie das Boot. Wie Nima Kahn. Und jetzt müssen wir herausfinden, wo diese Stellung benutzt wird. Wir hatten Vögel, wir hatten Eskorte und ich glaube, es ist beides nicht, weil sie gerade Da fehlt aber noch was. Gibt es noch was außer Vögeln und Eskorten? Es gibt aber auch das... Gut, man könnte das kombinieren, ne? Ja, in Eskorte Vögel. Aber was ist denn mit... Gibt es denn wieder so mal? Hallo. Gibt es denn wieder so mal? Gibt es denn wieder so... Ja, gut. Ja, albern. Gibt es denn wieder so... Ich denke mal, wir müssen aufpassen, es ist nicht Samstag heute. Es ist ganz früher. Pass mal auf die Kahnstellung, wenn du wirklich das sagst, du hast ja recht mit dem ovalen. Vielleicht ist die Kahnstellung, vielleicht sind das diese, also Schneetreter, es gibt doch diese Treter für hohen Schnee, die man sich unter die Schuhe... Ja. Und vielleicht ist die Kahnstellung dann wirklich so schön parallel, dass man nicht einbricht im Schnee? Nein. Also Schnee ist... Weit. Was ist denn mit dem Kahnbein, was man hier am Daumen oder so in der Hand hat? Das Kahnbein ist ja ein ganz kleiner Knochen und wenn der kaputt gedauert, das sehr, sehr lange, bis der wieder zusammengewachsen ist, vielleicht hat das irgendwie mit der Stellung dieses Knochens zu tun. Schumi hat die Kahnstellung. Was guckst du mich denn die ganze Zeit an und nückelst an diesem Ding rum? Ich glaube, das... Das ist ja relativ einfach, Herr Balder. Ich finde das sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, ja. Das bringt uns aber nichts. Nein, aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Vielleicht kommt das aus dem... Ich glaube, es kommt so aus der Wirtschaftslehre, also in Kaufhäusern, wenn zwei Schlangen, die zu einer Kasse werden, das nennt man ja eigentlich Reißverschlussverfahren, aber das setzt ja voraus, dass er sich in Bewegung befindet und enger wirkt. Aber in der Kasse geht es aber nicht immer weiter. Und dann sagt er, wenn das stockt, weil vorne so ein altes Mütterchen sagt, ja, ich zahl in kleinen Teilen, dann stocken die, bleiben in einer Stellung, kahnförmig, und wenn es lange dauert, saufen die ab. Das finde ich gut, aber ich glaube, das liegt dann, dass die alte Oma, weil die ein bisschen vergesslich ist, ihre Kohle vergessen hat. Dann sagt die, ich kann nicht bezahlen, müssen die dann alle sehr lange warten. Ja genau, die drehen sich alle um und sagen, kahn länger dauern. Ich sage, kahn länger dauern. Aber vielleicht sind wir auf dem Holzweg, weil es nicht nur das ist, dass ein Kahn spitz ist, Gott, ich habe es hier schon so reingeritzt in dieses Polster, sondern dass er vielleicht auch zweistöckig ist. Oder hat ein Kahn nicht noch andere Eigenschaften als nur spitz zu sein? Der kann auch flach sein, der muss nicht hoch sein. Ich glaube, es geht hier um die Grundform, da sind wir uns doch einig. Das ist so ein Kahn. Etwas, was konisch zuläuft. Etwas, was konisch zuläuft. Vielleicht Messdiener in der Kirche? Beim Sport vielleicht. Messdiener. Der läuft konisch zu? Nein, ja, das ist... Die laufen manchmal rot an, aber das... Ja, aber... Ne, das ist, das gibt's, wenn man so in der Prozession geht, das in der Mitte geht das Kreuz, dann gehen die Akkoluten, Sero Ferrara, Zeremoniare hinterher. Das ist ja genau das, was mich so irritiert, das heißt ja Stellung, es heißt ja nicht Kahnform oder Kahnformation. Es heißt eine Stellung. Aber bei Stellung... Also muss es ja etwas sein, was man stellt. Was Aktives? Knöpfe oder weichen Schienen vielleicht. Es kann ja auch ein Gerät sein. Das ist mal so und mal so, also wie ein Lenkrad oder ein Hebel, sowas in der Art. Da gibt's ja verschiedene Stellungen. Weil es ist eben Stellung und nicht Form. Es ist eine Stellung. Aber eine gute Idee. Sie sagen es uns. War das eine gute Idee? Ich sage es uns. Danke. Also, die Kahnstellung, die sogenannte Kahnstellung kann man bei Gelbbauchunken beobachten. Auch bei denen? Dass ihr darauf nicht gekommen seid. Komisch. Und zwar immer dann, wenn sich die Gelbbauchunken angegriffen fühlen. Ja. Die Fäße. Entschuldigung, sie haben endlich mal Komische. Komm her. Also, in einer bedrohlichen Situation flachen diese Tiere ihren Körper ab. Dann machen sie ein extremes Hohlkreuz und strecken Kopf und Extremitäten weit nach oben. Das kenn ich. Das kenn ich mit dahin. Und so kommt die grellgelbe Färbung der Bauchseite zum Vorschein, die eine abschreckende Wirkung auf die Feinde der Unke hat. Kahnstellung deswegen, weil die Krümmung des Körpers einen Kahn enthält. Ich sag euch ja, es hat nichts mit Konisch-Spitzen. Es hat damit nichts zu tun. Es hat. Ja. Ja. Ich kenn das. Das ist wie wenn man Geschlechtsverkehr hat und der andere hat Hepatitis. Dann reagiert man. Das kann ich nicht wissen, aber wenn du das sagst, muss das sein. Ines Ried aus München. 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr schön. Sehr gut. Wir gehen nach Hessen. Dort gibt es einen schönen Ort, der heißt Stadt Allendorf und dort wohnt Willow Stoll. Willow ist ein schöner Vorname. Willow wissen. Warum gehen die Menschen in Taipei seit 2003 schneller über die Straße als zuvor? Weil jetzt in der Stadt anstatt 40 kmh 60 kmh erlaubt sind. Die Autos einfach schneller heranrasen, wenn man deswegen ein bisschen den Zahn zulegen muss. Falsch. Vielleicht liegt es daran, dass die Ampelschaltung verändert haben. Taipei ist ja sehr verfeindet mit China und vielleicht haben sie die Rotphase etwas verkürzt. Dann müssen Sie mal schnell laufen. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan, oder was? Es hat was mit den Ampeln zu tun. Ich fände das gut, wenn das in Deutschland auch so wäre, dass diese Rotphasen verkürzt werden. Zumindest für Rentner. Dann wäre das für uns nicht so schwer. Vielleicht will man einfach nicht die Geschwindigkeit. Du machst dir gerade viele Freunde. Ja. Aber ich muss ja demnächst auch nicht auf einer Kreuzfahrt was erzählen. Ja. 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 Man muss vielleicht den Zuschauern erklären, dass wir kurz vor der Sendung darüber gesprochen haben, dass Herr Uecker auf einer Kreuzfahrt moderieren wird. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich werde keine Witze darüber machen, aber hier kann ich es ja nochmal sagen. Ja. Wenn Sie also die Ampelschaltung verändert haben, hat es vielleicht auch ein Darwinistisches Problem. Also Überbevölkerung in Taipei, man stellt kürzer auf Rot und man guckt mal, wer es überlebt. Viel besser wäre gar nicht auf Rot zu stellen. Da hast du Erfolg. Was ist denn mit... Da wird auch immer gearbeitet. Die haben sehr wenig Urlaub. Die müssen sehr produktiv da sein. Schneller. Die warten einfach zu lange, Statistik sehen, weil auch so viele Leute da immer an so einer roten Ampel stehen, bis dann der letzte irgendwie rüber ist. Das geht alles gar nicht. Deswegen müssen die einfach jetzt schneller, weil man 50 Leute in dieser Ampelfase einfach schaffen muss. Und da steht auch einer, so ein staatlich geprüfter Ampelkontrolleur, der sagt... Noch zwei rein, zack, zack, zack. Vielleicht haben Sie ja gar keine Ampeln mehr. Vielleicht wollen Sie ja Strom sparen und verzichten auf Ampeln und haben jetzt Menschen eingesetzt, die die Menschen und die Autos über die Straßen lenken und die können vielleicht die Arme nicht so lange hoch halten. Nichts, die wären müde. Achso. Aber warum sollen die denn dann schneller gehen als vorher? Naja, ich meine, sagen wir mal, die Schaltung, die Schaltung, es hat ja mit Ampeln zu tun, das haben Sie ja schon gesagt. Nun ist ja dabei auch die Heimat der Gelbbauchunke, weil die da nicht so auffällt. Das heißt, vielleicht ist ja der Weg über die Straßen, die müssen sich beeilen, weil halt die nur kürzer grün haben, die Fußgänger. Was? Also es hat mit den Ampeln zu tun. Es hat mit den Ampeln zu tun, ja. Vielleicht ist einfach der Unterschied, wenn die, also normalerweise geht man ja bei Gründen los, ist dann ungefähr zweieinhalb Zentimeter auf der Straße und die Ampel springt auf rot um. So, jetzt haben wir ja gelernt damals in der ersten Klasse, man geht dann trotzdem noch über die Straße. Aber, normalerweise behalten die Autos ihr rot, das ist jetzt da anders, das ist früher grün. Und dann überschneidet sich das und die Schnittmenge geht durch die Fußgänger durch. Verstehen Sie mich. Schau mir in die Augen. Durch. Das musst du dem ja auch glauben, weil der geht ja normal nie über eine normale Ampel drüber. Bei der Größe hat der immer einen Schülerlotsen. Da lehnen wir. Ja, ihr liegt ja mit den Ampeln richtig, aber bis jetzt ist trotzdem alles falsch. Es ist nicht so profan, dass die Ampelschaltungen einfach kürzer sind als vor 2003. Nein. Es gibt weniger Ampeln vielleicht. Nein. Es gibt weniger Ampeln. Sie sagten seit 2002, ne? Drei. Vielleicht kriegen die eine Belohnung, wenn die schneller auf der anderen Seite sind. Was ist das für eine Belohnung? Ja, weiß ich nicht. Ein Schüssel, Schüssel, Reis oder so. Vielleicht gibt es da jetzt irgendwie so eine Knolle oder so. Kinderüberraschung. Warum? Gibt es vielleicht ein Knöllchen oder was, was der Bernhard gesagt hat? Wenn man nicht in dieser grünen Phase drüben ist, hast du ja heute gesagt, das ist total ausgeufert. Weil so viele Leute immer da drüber gerade noch bei grünen angefangen haben zu laufen. Das dauerte dann, bis die da drüben sind, dass sie gesagt haben, jeder muss Strafe bezahlen, wenn du nicht innerhalb dieser grünen Phase drüben bist. Man muss bei grün ankommen. Genau, das ist wichtig. Nicht losgehen, auch ankommen. Falsch. Ich hab's befürchtet. Haben die vielleicht jetzt in Taipei schnellere, schnellere Krankenwagen bekommen? Was? Ja, la lü la la, Herr Balder. Und die sind jetzt einfach schneller geworden. Die haben ein anderes Modell. Und deswegen gehen die Leute schneller über die Straße? Ja, weil sie so... Achso. Taipei. Was kann das denn mit dem Ampel zu tun haben? Jetzt nehmen wir doch mal strukturell vor. Es gibt ja nur zwei Gründe. Das eine ist, es ist zu gefährlich, wenn sie nicht schnell genug sind. Das andere ist, es ist nicht rechtens. Also sie kriegen irgendeine Form von... Oder dass die... Ja, oder die Ampelsignale sind nicht mehr so eindeutig. Die machen da so ein Rätsel draus. Mal ist rot oben, mal ist rot unten. Oder es sind gar nicht rot und grün, sondern es sind Zeichen. Oder es sind so Rätsel, wo man... Man kennt das ja von Damen und Herren Toiletten. Oft weiß man auch nicht, ist jetzt das Kreuz unten oder... Ich geh mal bei See. Für Deutsche, nicht für Holländer. Die haben eine ganz neue Schaltung. Und zwar normalerweise wird ja immer grün in Fahrtrichtung. Also wenn die Autos fahren dürfen, wird auch dann grün. Was die machen, die schalten alle Ampeln gleichzeitig grün. Bis auf die von den Autos. So, und wenn man jetzt quer rüber will, muss man zweimal rüber gehen. Das könnte man schaffen, wenn man sich sehr beeilt. Deshalb gehen die schneller. Ich hab's noch eine Idee. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Normalerweise ist ja immer eine Ampelrichtung nur für Fußgänger. Grün und die, die kreuzen sind rot. Die machen das so. Die schalten alle Autoampeln auf rot. Alle Fußgängerampeln auf grün. Wenn man jetzt will und sich tierisch beeilt, kann man Homerun machen. Wuhuuu! Und ich... Es gibt ja Länder, wo die Ampel, bevor sie die Farbe wechselt, von rot nach grün und umgekehrt, blinkt. Vielleicht haben die das abgeschafft und die erschrecken sich immer so. Wenn man das gewohnt ist, dass die erste Mal blinkt und man weiß, oh Gott, ich hab noch ein paar Sekunden, ich muss mich beeilen. Weiß man aber... Da dreht der Taiwaner von heute durch. Und wenn jetzt was haben wir hier, dass er einfach blopp umspringt und die... Oh mein Gott, eine Ampel, die nicht blinkt, ich muss rennen! Taipé! Hängt das mit dem Turm zusammen? Höchster Turm der Welt, Taipé 101? Nein, es hängt mit Ampel zusammen, wie ich schon sagte. Hängt das mit Taipé zusammen? Ja, es hängt mit Taipé zusammen. Ich hätte große Lust, das euch zu sagen, weil ihr nicht drauf kommen werdet. Ihr seid zwar nah dran, aber ich... Ich hab schon mal gedacht, vielleicht machen die ein lustiges Fitnessprogramm. Die wollen einfach, dass der Taipianer, oder wie auch immer er heißen mag, der da wohnt, fitter ist. Der Taipinese? Ich werd's euch sagen. Ihr werdet's euch sagen, ihr werdet nicht drauf kommen. Also, seit 2003 gibt es in Taipé neue Fußgängerampeln. Schaltet die Ampel auf grün, beginnt ein animiertes Ampelmännchen zu laufen. Und das Männchen läuft immer schneller, je näher sich die Grünphase ihrem Ende bewegt. Die Folge, die Fußgänger passen sich mit ihrem Tempo dem grünen Männchen an und sind zum Schluss nur noch am Rennen. Willi Stoll aus Stadt Allendorf, 500 Euro für Sie. Sehr gut. Das ist super. Aber das ist so gemein, diese Asiaten, wenn die 90-jährige Frau versucht, da hinterher zu kommen. Där gibt's dann extra Animationen mit Stock. So, Et-ti-ti. Klak, klak, klak. Aber ich find's sehr lustig. Stell mir das hier vor. Ja. Es ist wirklich wahr. Man rennt dann automatisch schneller. Und wie ist das für Blinde? Macht das dann Toc, 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 Toc. Wahrscheinlich. Wir werden uns weitergründet. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Die haben gelacht über den dreckigen Wir kommen zu oliver seem er wohnt in berlin und oliver möchte gerne wissen was ist ein tränenblech ja ich auch Ein tränenblech ein tränenblech das muss irgendwas aus der dachdeckerei 100% wenn der regen nicht schüttet sondern so tropft wie tränen ich ja wird trotzdem aufgefangen und dann irgendwie abgeleitet durch die dachrinne nach unten Das finde ich gut ich finde etwas ein metall das schlagwasser also so abfängt also das was sich niederschlägt auf etwas ist das was was dolly Buster sich ins gesicht hat operieren lassen Die hat sich was ins gesicht operieren lassen Irgendein ich meine guck dir die normalen die muss sich ein tränenblech operieren Lassen oder irgendwas wohin denn ja wo anderen sack haben also Was ist das mit denen los? Ich verstehe das ist immer wenn ich ihnen sage sie gehen mir auf den sack dann bezieht sich das auch immer nur auf meinen Strähnensäck Menschensträtoriker so kennen wir sie ja nicht Ist irgendwas passiert? In einem laboratorium wenn wir wenn wir ein forscher aus aus tier augen Flüssigkeit pressen und es dann auffangen mit einem kleinen blech um es dann auf unter das mikros Warum sollten die das machen die forscher? Das weiß der georg Ich habe das gefühl das ist irgendwas Handwerkliches Da kenne ich mich ja gar nicht aus Ich bin beim optiker ich wünschte ich hätte jetzt ein knopf im ohr und jemand würde mir rein sprechen aber Handwerk finde ich sehr gut so was wie so was wie irgendwas womit nur mit flüssigem metall gearbeitet wird und das tropft oder es spritzt etwas bei der metallverarbeitung Und das fliegt dann gegen eine wand und wird dann runter zusammengeführt damit es sich wieder in einem bottig sammelt um weiter und neu verarbeitet Ich glaube bei verdampfung Eine neue erfindung für die küche zum zwiebel schälen Das ist vielleicht ein blech was man über den topf legt und unter dem topf schrub 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 kann man die zwiebeln verarbeiten und muss dann nicht mehr Aber ich schläge es mir gerade sofort im blech kann man ja nicht durchgucken klar dass du dann weinst weil du deine finger nicht mehr siehst Tränenblech klack klack ich gebe euch mal einen kleinen tipp Wir kennen es alle Danke super Gut da wissen sie mehr als wir Wir haben es alle schon mal gesehen und wir kennen das alle unter einer anderen bezeichnung Nein wir wissen gar nicht dass es so heiß Ich habe gerade im kopf ich war einmal im urlaub und zwar Da war eine tür und über dieser tür Lass mich halten, du warst segeln in Holland Nein im Legoland Ja, aber da könnte es auch sein und zwar Im Legoland Aber jetzt mal Erstmal Spaß beiseite Wir haben ja nur geklatscht aber der macht Ich hab mir dein gesicht gemerkt Und zwar an einer tür Damit das das wasser was die wand herunterläuft nicht die tür entlang und dann in die ritzen reinläuft Gibt es darüber so ein ein blech was so drüber gemacht wird Um den regen von der tür weg und dann vor der tür herunter tropfen zu lassen Aber das ist das tränenblech vielleicht Die frage ist warum heißt das tränen und nicht tropfen blech Weil die tränen mit e geschrieben werden und das ist dann international nicht schreibt Auf einer englischen tastatur als das erfunden wurde Und ich finde das reicht als argument durch Tränen tropfen Tränenblech Und es ist aber kein Slang Ausdruck Nein Wir sind beim Auto Spritzschutz Hinten Und denn Wo sind denn die Reifen bei ihrem Auto Oben Und denn unten Also ich glaube das ist sowas wie wie sagt man beim Fahrrad ein Schutzblech Ein Schutzblech Ein Schutzblech Ein Kotflügel am Auto Heißt der Kotflügel Das ist trennlich Das macht ja noch Sinn Weil Tränenblech hat nichts mit Tränen zu tun Und beim Kotflügel kackt ja auch keiner vorne drauf Macht Sinn Ja die sind so bildhaft Weißt du so vielleicht gibt es dann irgendwann auch nochmal so einen Ja weiß ich nicht erbrochenen Reifen oder so Sind wir denn total falsch oder komplett Ritterrüstungen Jetzt wird es noch falscher Ich finde das besonders komisch als Herr Balder sagte etwas was wir alle kennen und Herr Hoäcker sagte Ritterrüstungen Ich glaube ja wir kennen doch alle Ritterrüstungen Ich glaube es ist ein Blech oder irgendeine Vorrichtung in der Tat in der Öffentlichkeit damit den Leuten die Augen nicht tränen weil es zu zugig ist Die Frage ist jetzt nur wo wenn er sagt wir kennen das alle Wenn ich im Zug sitze am Fenster tränt mir am nächsten Tag genau dieses Auge was dem Fenster zugewandt war kennst du das Vielleicht sind es die kleinen Lamellen die die Klimasachen ausgestucht Genau ich habe nämlich in der Elsa in der Klimaanlage immer das Problem Es ist in der Klimaanlage im Auto diese kleinen Kippdinger Warum heißt das das Tränenblech Weil man die Bleche so kippen kann damit an die Augen nicht tränen Genau Falsch Die Frage ist Benutzt man es um etwas Tränenartiges aufzufangen soll es die Tränen verhindern oder Oder soll es sieht aus wie eine Träne Ja das könnte auch sein Das ist ein klug Das könnte auch wieder Tropfenblech heißen Tränen Was ist das was macht das was tränt Was tränt was macht die Welt so traurig Vielleicht ist es eine spezielle Art von Kuchenblech was zur Weihnachtszeit benutzt wird und eine Tränenform hat Um es so Sternchen auszustechen Und Krapfen sehen die aus wie Tränen und die aus Metall Also wenn ich Krapfen backe sie nicht aus wie Tränen Aber ich kriege Tränen wenn ich die sehe wie sie aus wie Tränen Die sehen aus wie Tränen Deswegen sagt er Die sehen nicht aus wie Tränen Da bin ich aber eher wieder in der Kahnstellung bei dem wie ich alles Auf jeden Fall heißt dieses Ding im Fachjargon Tränen Sind wir uns da ein? Ich sehe aber nicht aus wie Tränen Sind wir uns da ein? Nein meine Tränen sehen so aus Oliver Semos Berlin 500 Euro für sie Gratuliere ihnen sehr schön Wir sind gut drauf heute Wollen wir in die Eifel gehen Also ich glaube Mechernicht liegt in der Eifel Mechernicht Ingrid gratzelt klein kommt aus Mechernicht ist aber heute hier Ingrid wo sind sie? Ingrid direkt hinter mir Gut Ingrid sie haben eine wunderschöne Frage Ich hoffe sie kriegen 500 Euro Ingrid möchte gerne wissen was ist ein Knallzeuge? Knallzeuge? Ja, Knallzeuge Ich weiß es natürlich weißt du es Knallzeuge? Ein Knallzeuge Wie wärs denn mit duellieren früher? Die mussten sich doch duellieren Der Sekundant meint Ja und die mussten am Ende bezeugen dass es wirkliche Knall gehabt Dass sie nicht so tun konnten als ob Vielleicht Falsch Vielleicht hat es auch mit mit Erotik zu tun Also wenn man einen Dreier macht ist der dritte ja Knallzeuge Sie läuft rot an wir sind nah dran glaube ich Ich war gestern knallt Das könnte natürlich sein weil Eifel Ja Was sitzt denn da so Dann bin ich bei 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 in der Herstellung von Reifen Also Reifen müssen ja getestet werden und sie müssen gewisses Artü haben Bis die knallen oder eben nicht knallen das ist also jemand in so einem grauen Kittelchen der bei Goodyear oder Pirelli sitzt Und Reifen aufblickt und bezeugt wann der Reifen zu oft zu zu hart aufgeblasen ist oder zu viel dass der an Knallen kommt Muss ja ein toller Job sein Ja weil und weil der so viel druck beim pusten erzeugt ist der impotent und kann nicht mehr zeugen Ich glaube eher es ist es sind es ist ein Kinderspielzeug und zwar habe ich das beim Urlaub gesehen Und zwar diese kleinen Plastikfrösche wenn man die zusammendrückt dann machen die Wie machen die? Das sind Knallfrösche Herr Hohecker Ne die Knallfrösche machen Ne diese Metall Kennt ihr die immer so? Die sind Metalldinger Ja diese Metalldinger Die haben die Spielzeuge sondern Knallzeuge Ich wollte gerade sagen vielleicht ist Zeuge ein altertümliches Wort für Zeug und hat gar nichts mit etwas bezeugen oder dabei sein zu tun Ich wollte es nur mal sagen Ja ja vielleicht vielleicht nicht Vielleicht sind das auch aufgeklärte Menschen die einfach die Zeugen Jehovas ein bisschen komisch finden und die haben Knall Die sagen heute hier mal wieder Zeugenknallen Genau die haben auch noch einen Knall Auf die Fresse hauen Ja Zeugenknallen In der Eifel oben ist so langweilig Da geht erstmal nach Köln da steht so einer mit so einem Wachtturm in der Hand und dann haust die man links und sagt man riecht um die Ohren Ja und dann wieder ein Knallzeuge Alles was mit Peitschenherstellung zu tun? Peitschenherstellung Wo sind sie denn jetzt wieder? Ich bin in der Peitschenherstellung Knallen mit einer Peitsche Wo? Knall das? Warum Zeugen dann? Ja eben Wenn sie jetzt einfach gesagt hätten ja es hat etwas mit Peitschen zu tun dann würden wir weiter darüber nachdenken Gut ja es hat nichts mit Peitschen zu tun Danke Was gibt es denn ich glaube es ist ein Teil eines größeren Gesamtproduktes was einen knallenden Wie wäre es mit Überschall? Ich glaube es ist überhaupt kein Produkt Wie wäre es mit Flugzeugen Überschall? Wie wäre es mit Flugzeugen Überschall? Also ich bin erstmal beim Knallen Ach Flugzeuge? Knallgeräusch? Ja also ich bin erstmal bei diesem Knallgeräusch und frage mich dann was ein Zeuge damit zu tun haben könnte Vielleicht ist es ja völliger Produkt Vielleicht ist es ja gar kein Produkt vielleicht ist es ja wirklich ein Mensch Ein Mensch Eine Person Eine Person Also zum Beispiel wenn wir von der Jurisprudenz sprechen vor Gericht gibt es ja Zeugen Jetzt fragt man sich was ist ein Knallzeuge vor Gericht und ich möchte sofort Barbara Salisch anrufen Einer der einen Blechschaden beobachtet hat? Ne Vielleicht ein Unfallbeobachter den man dann Das ist ein Knallzeug natürlich wenn es hinten Kraft gibt es vorne Geld Klar einer hat draußen gestanden und sagt wunderbar zu langsam zu schnell gefahren Wie mein? Wir sind auf dem richtigen Weg So ein Ohrenzeuge einer der es nicht gesehen hat aber den Knall gehört hat Ah jemand denn genau Ich dachte das stimmt Es gibt ja auch einen Der sagen kann wann er wie was gehört hat oder wie laut das war oder keine Ahnung Aber hat es nicht gesehen Hat es nicht gesehen Genau ein Ohrenzeuge Er hat als Unfall nur gehört und nicht gesehen Und wenn es gebrannt hätte wäre es ein Feuerzeuge wir wollen aber beim Knallzeug Nein Ähm Wir kommen da hin Wir kommen da hin Wir kommen da hin Wir kommen da hin Also Ihr seid ziemlich nah dran aber so kann ich es noch nicht gelten Also es gibt noch eine Möglichkeit Man ist im Auto und hat überhaupt Es geht um Auf Also ich würde sagen es geht um den klassischen Auffahrunfall Ja Nehmen wir mal an Zum Beispiel es kann ja am Ende auch ein Einbruch sein Okay Es ist ein Geräusch passiert Ja Und der Zeuge ist ja nun offensichtlich nicht beteiligt sondern Zeuge Der hat diesen Knall Aber gehört Kann ihn nicht ordnen Kann ihn nicht einordnen Nein Er sagt nur dass es ihn gab Er hat ihn gehört Nein So kann ich das nicht gelten lassen Er hat ihn also doch auch gesehen und gehört Er hat den Knall gesehen Er hat ihn nur gesehen nicht gehört den Knall Ah also er hat den Unfall schon gesehen Aber nicht gehört So kann ich es nicht gelten lassen Ihr seid ganz nah dran aber dann wird Ingrid mit Recht böse Vielleicht ist das derjenige der auf dessen Auto aufgefahren wurde Und der wird aber trotzdem verhört und deswegen weil es bei dem geknallt hat Ist das der Knallzeuge Nein Vielleicht ist das der der dem anderen drauf gefahren ist Nein Weil da hat es ja geknallt und er hat ihn gesehen Nein Es ist prinzipiell jeder Zeuge der einen Unfall im Straßenverkehr beobachtet hat Weil es da auf jeden Fall geknallt hat Egal ob er ihn gesehen oder gehört hat Nein Also ist Ist denn Knall ein Synonym für Unfall Ist das denn Für Geräusch Ja Für Geräusch Der kann ein Geräusch Der kann nur bestätigen dass es ein Geräusch gegeben hat Ah vielleicht Weiß aber nicht warum wieso weshalb und wann Das hat er eben schon gesagt Die Reihenfolge der Geräusche könnte vielleicht Völlig egal sein Ich muss etwas Ich muss etwas ganz bestimmtes hören Nur dann kann ich es gelten lassen Ihr seid ja Es ist ja alles richtig was ihr sagt Der Mann ist blind Jemand der blind Ein Zeuge der nicht sehen kann Nein Nein Er ist taub Nein Aber es geht um den Knall also nicht einer der Knallauffall da reinkommt Nein Knaller und Es ist nicht entscheidend ob es nur gesehen oder nur gehört hat offensichtlich Da Er muss ja irgendwas hören Aber die Frage ist ja Das würden wir auch gerne sagen wenn wir wissen was Ich werde es euch sagen und wir gönnen der Ingrid die 500 Euro Ja Also wieder zurück in die Eifel Stellt euch folgenden Fall vor Jemand gibt an dass er einen Unfallhergang genau beobachtet hat Ja Jetzt wird er zum Prozess geladen Und dort erst kommt heraus dass der Zeuge von dem Unfall überhaupt erst etwas mitbekommen hat Nachdem es geknallt hat Das heißt danach hat er sich umgedreht Also im Nachhinein kam es ihm aber so vor als ob er den Unfallhergang tatsächlich gesehen hat Ach so In diesem Fall spricht der Jurist im Fachjargon von diesem Zeugen als Knallzeug Keine Zweifel für die Eifel Ingrid 500 Euro Ja 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 K�s Ja 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 Wir kommen mal zu Pierre Fricke. Er wohnt in Niedersachswerfen, das liegt in Thüringen. Und Pierre Fricke hat eine sehr schöne Frage. Er möchte wissen, warum haben Riesenschildkröten kleine Haken an ihren Flossen? Zum Einkaufen. Um die Tüten dran zu hängen. Die sind ganz raffiniert. Wenn die eine Gelbbauchunke treffen und die sich umdreht, dann haken die sich ein und sagen, du kannst mich mal mit deinem gelben Bauch. Also ich glaube, das würde helfen, um sich an Land fortzubewegen. Wenn die auf Sand sind zur Eierablage, können sie sich sonst nicht so gut vorarbeiten. Deswegen sind so keine Haken und deswegen ziehen sie sich damit nach vorne. Die Riesenschildkröten, die werden ja sehr, sehr, sehr alt. Vielleicht ist das bei denen so wie bei den Bäumen. Die Rinden, die sagen, wie alt die Bäume sind. Zeig mir deine Haken und ich sag dir, wie alt du bist. Ich glaube, die brauchen das. Ich finde das mit dem Meer gar nicht so dumm. Die müssen ja mal an Land und wieder rein. Und damit die vom Meerwasser nicht immer wieder zurückgespült werden, haken die sich sozusagen fest am Boden. In den Felsen? In den Felsen oder in den Sand, wo sie kriechen und dann bleiben die da so dran hängen. Und dumm ist dann nur, wenn gleichzeitig sie sich an einem Felsen festhängen und gleichzeitig mit der Welle der gesamte Sand weggespült wird. Weil dann hängen die nämlich so da oben in der Luft. Und wenn sie runterfallen, sind das super. Schon mal gesehen? Ja, im Urlaub letztens. Vielleicht hat es ja was mit Trampern zu tun. Wir hatten ja neulich auch mal den Kriechwinker, der ja getrampt ist von einem Kuhfladen zum anderen Kuhfladen. Vielleicht ist im Meer, und die Riesenschildkröten, die werden bestimmt auch viele Kilometer zurücklegen im Meer, vielleicht gibt es da auch kleine Tramper. Es gibt ja immer Putzerfische oder irgendwas, was sich an so einem Tier so festklappustert. Und vielleicht sind die Häkchen... Wie so Haltegriffe im Bus? Ja, genau. Sie sind da das kleine Krabben oder irgendwas, was so kreuscht und vielleicht sich daran festhält. Und dann können die schön mitfahren. Also ich könnte euch einen Tipp geben, aber ich tue es nicht, weil es euch vielleicht zu sehr helfen würde. Dann wäre Pierre böse. Vielleicht braucht er ihn für private Vergnügungen. Es sind mehrere Haken. Du denkst schon wieder an einen großen, großen Haken, der nach oben steht und lacht. Würde der Tipp in die Richtung gegangen sein, dass diese Haken nicht immer da sind, sondern nur zu bestimmten Zeiten? Nein. Also wo hat er die überhaupt? An den Flossen. Vielleicht braucht er die wirklich für die Vermehrung. Alle Flossen haben... Weil er sich da irgendwo beim Sex festhält. Am Panzer des Partners. Das ist gut. Also, Riesenschildkröten haben kleine Haken und zwar nur Männchen, weil sie sich damit beim Weibchen am Panzer festhalten. Beim Akt, sonst würden sie nämlich runterrutschen. Sehr gut. Ich bin richtig an. Oh mein Gott. Ich freue mich. Aber ich bin noch nicht. Ja, ja. Hättet ihr euch sagen können, dass es nur die Männchen sind, aber dann hättet ihr drauf kommen können. Es ist tatsächlich wahr, weil die wären ja sonst... Würden dem Weibchen praktisch glatt den Buckel runterrutschen. Pierre, es tut mir leid, diesmal war es nicht der Streber, diesmal war es Herr Oecker. Pierre, nicht böse sein. Ja. Jan Schmidt kommt aus Hameln. Hameln liegt in Niedersachsen, wissen wir alle. Und er möchte wissen, eine Kussmaulatmung. Was versteht man darunter? Das ist ein Karpfen. Ja, das ist doch klar. Der Karpfen an sich, das sieht doch immer aus wie Küsse. Also wir sind bei den Fischen und das sind in dem Fall speziell Karpfen, die so atmen. Die erste Hilfe, Mund-zu-Mund-Beatmen, man legt den Mund komplett über den Mund des Opfers und deswegen wird dann beatmet. Deswegen ist das eine Kussmaulatmung. Aber nur wenn man kurz vor mir denkt, boah, riecht der aus dem Maul und dann... Ich glaube, es kommt bei der... Ist das so oder was? Nein, ist nicht so. Sauerstoff-Osterversorgung. Ja, hau, die Ei. Sehr schön, Barbara. Sehr ruhig, Barbara. Wie lange hast du das denn schon? Nie, Klasse. Brauchst du den Kiefer auch, um dich bei der Paarung einzuhaken? Nein, ich kann behaken. Kussmaulatmung. Da wäre ich durchaus dafür, dass es eine Nasenatmung ist, weil wenn man jetzt von dem kleinen süßen Küsschen ausgeht, ist der Mund ja zu. Also kann man dann nur durch die Nase atmen. Wir müssen erstmal fragen, was ist ein Kussmaul? Ich glaube, das gibt's. Was ist ein Kussmaul? Klasse? Ja, das ist die Frage, wie die jetzt küsst. Ich zeig das nicht! Ich zeig das nicht! Kussmaulatmung! Kussmaulatmung! Wahnsinn! Ich muss mal was klarstellen. Ich bin nicht scharf auf Bernhard. Ich dachte nur, es gibt mir eine Inspiration. Aber auch das nicht. Nee, es war ein schreiender Zwerg. Ja, natürlich. Ich glaube, die Kussmaulatmung hat man mit einem ein schwerer Gegenstand auf dem Fußfeld. Ich glaube, es ist, wenn man Sauerstoff über oder unter versorgt ist, macht so. Hallo beim, 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 beim. Joggen. Urlaub, schnorcheln. Hat man den Schnorchel drin, atmet nur durch den Mund, weil Nase wäre schlecht. Und dann hat man so, so wie, so wie, hm? Alles so wie aufgespritzte Lippen. Und das ist dann die Kussmaulatmung beim Schnorcheln. Alles falsch. Ah, genau. Aufgespritzte Lippen. Das macht ja vielleicht gar nicht der Mensch. Der Mensch macht keine Kussmaulatmung. Doch. Doch. Ja. Ich will heute viele Fragen durchkriegen. Deswegen sage ich es euch jetzt. Ihr werdet nicht drauf kommen. Ihr seid ganz, ganz weit weg. Ja. Kussmaulatmung. Bei erhöhtem Blutzucker kann es im Extremfall zu einer Übersäuerung des Blutes kommen. Dieses Missverhältnis versucht der Organismus automatisch auszugleichen, indem er durch verstärkte Atmung mehr Kohlendioxid produziert, was den überhöhten Säurewert absenkt. Betroffene neigen dann zu sehr tiefen, langsamen und geräuschvollen Atemzügen. Dieses Phänomen benannt nach dem Internisten Adolf Kussmaul. Oh nein. Das wird als Kussmaulatmung bezeichnet. Jan Schmidt 500 Euro. Ja. Ja. Am 13. November bei Ihrem Fondhändler. Freuen Sie sich. 1 zeigt's allen. Sven Nöldner wohnt in Nittenau, liegt in Bayern. Warum wird im Londoner Wissenschaftsmuseum, möchte er wissen, ausdrücklich aufgefordert, die Toiletten aufzusuchen? Weil da die erste Wasserklospülung der Welt zu sehen ist. Weil das nämlich in England erfunden wurde. WC, Water Closet. Ich dachte immer, es heißt Waldkapelle. Sollte das jetzt ein Scherz sein? Ja, stimmt nicht. Stimmt nicht. Eine kleine Information, alle Besucher werden durch Schilder aufgefordert, das Museum nicht zu verlassen, ohne vorher die Toiletten aufgesucht zu haben. Dort ist die Kasse, dort ist die Garderobe. Auf dem Klo? Ja. Die Kasse. Wieso nicht? Wenig Raum, viel Platz für Ausstellungsobjekte. Gut, aber auf dieser Toilette, weil diese Toilette, die soll ja da nicht hingehen. Es sind aber nicht die normalen, herkömmlichen Besuchertoiletten, sondern es ist eine sehr spezielle, historische oder sehr pfiffige Toilette. Genau, Wissenschaftsmuseum. Es ist etwas Neues dort. In Betrieb, hallo? Ja, in Betrieb, danke. Die Toilette, die mit Zentrifugalkraft funktioniert. Da legt man sich rein, wird gedreht und muss nicht mehr drücken. Wir sprachen davon, dass das sehr innovativ ist und sehr besonders, sehr speziell. Oh, das ist aber ein schönes Handygeräusch. Schöne Grüße. Oh, bravo, danke. Ich mach mal, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin gerade im Fernsehen, es geht ja nicht. Und es geht um meine Toilette. Schön, dass du denkst, die Leute lachen über uns, die haben alle das Vibrations-Akku in der Tasche an. Also, es kann ja sein, entweder ist diese Toilette sehr innovativ oder das Gegenteil, dass sie den Leuten zeigen wollen, was du gesagt hast, wie viel Wasser wir da verbrauchen, ökologische Katastrophe. Und die haben dann nochmal so einen altmodischen Donnerbeil. Nein, haben sie nicht. Ich glaube, dass die Toilette nichts mit dem, die Toilette an sich ist kein Ausstellungsstück, sondern auf der Toilette befindet sich irgendwas, was die Leute kaufen sollen. Nein. Was willst du denn auf der Toilette kaufen? Ja, Poster! Poster auf der Toilette. Vielleicht wollten die damit die Blaufärbung erklären. Da war doch das, was man Urin früher im alten Rom sammelte. Und vielleicht macht man das danach, dass man das irgendwie sammelt. Und man darf da gemeinschaftlich... Das ist nicht lecker, Herr Hohäcker. Das glaube ich nicht. Damit haben die zu ihr ihr Geld verdient. Ich habe es auch nicht verstanden, wer sammelt wen, warum... Wir haben nur Urin gesammelt, um irgendwas zu machen im Mittelalter. Im Mittelalter. Wir sind ja... Ja, nein. Vielleicht erinnn? Nein, nein. Ich habe es doch nur versucht. Ja, ja. Vielleicht wird da einfach eine Statistik oder was erhoben... Oh, ganz spontan war es. Vielleicht wird da auch eine Statistik erhoben. Da sind 500 Leute, die an einem Tag durchs Museum gehen. Wie viel Urin wird da gesammelt und dann wird einfach ein Durchschnitt gemacht. Der Londoner pinkelt im Jahr so und so viel Liter und da wird irgendeine Hochrechnung. Das können Sie aber woanders machen, wenn Sie gerade im Museum machen. Die machen es aber im Museum. Warum denn? Ja, weil... Das ist der Urin von Intellektuellen und der ist eben bevorzugt. Aber es hat nichts mit den Toiletten im Sinne von... Also dem Toilettengang hat es nichts zu tun. Es hat etwas mit etwas Kuriosem zu tun, was die Besucher sich nicht entgehen lassen sollen. Nein. Es hat wirklich was mit dem... Ganz normal. Nein. Ja, das Museum wäre für Sie eine Goldgrube, Frau Freundin. Groß oder klein? Egal. Eher groß. Na, vielleicht finanziert sich das ganze Museum auch darüber, dass die Leute da, wenn sie da ihr Geschäft machen, einfach mal ein bisschen Geld abdrücken müssen. Nein. Ach, vielleicht gibt es überhaupt nur diese eine Toilette ganz am Eingang und wenn man da einmal ganz hinten drin ist. Hab ich doch mal gesagt. Nein, das war es doch nicht. Ja, ja, ich wollte nur nochmal, weil vielleicht kann er sich ja nicht mehr dran... Vielleicht nicht. Vielleicht muss man durch die Toilette raus. Und wo... Ja, aber das ist... Vielleicht haben die denn da was... Ich glaube, er hat schon 100 Mal Nein gesagt, aber ich kann mich nicht davon lösen, dass sie da was Neues erfunden haben. Wie der Japaner an sich, der doch letztens auch kein Papier mehr benutzt, sondern jetzt mit Wasser und Gebläse. Weißt du? Ja, ja. Trockenheit. Vielleicht ist draußen keine Toilette und die Leute, normalerweise gehen die immer raus, so wie beim... Es geht doch um groß, hat er gesagt. Ja, eher, ja. Eher groß als klein. Was, Sie haben das detailliert? Auf eine Befragung hin habe ich ordnungsgemäß geantwortet. Also es ist keine Sensation dort zu beobachten, es ist nicht das britische Gegenstück zum Günzburger Erschle. Aber weißt du nicht, wenn Leute in so ein Wissenschaftsmuseum jeden Tag gehen, was da ein Ruf in der Bude ist? Entschuldige. Machst du schon mal ein Museum groß machen? Ich mache überall groß. Auch ohne Toilette. Wenn ich mal in einem Museum bin, warum nicht? Hauptsache ich bin nicht im Dschungel. Herr Beiner. Obwohl, das den Kollegen von der Lindenstraße, egal ist, egal wo der hinmacht, hat er immer eine Herren-Toilette. Herr Beiner, also es gibt ja auch keine goldenen oder diamantbesetzten Wasserhähne. Nein. Es gibt da nichts zu begutachten, sondern die Menschen sollen wirklich ihr Geschäft verrichten, damit das Wissenschaftsmuseum das, also am Ende die Experimente benutzt. Ach, die Dünger. Ich weiß, wie es ist. Für etwas anderes. Ich weiß es. Ich weiß es. Die Dünger. Dünger. Warte schon mal auf einer Veranstaltung und wenn du reinkommst, wirst du fotografieren und wenn du rausgehst, kannst du dein Foto kaufen. Wenn du da... Testofo machen, oder direkt eine Tupperdose. Jetzt kann ich hören. Nein. Die analysieren anhand deiner Studie. Also, Herr Meiner, das Wissenschaftsmuseum in London sammelt die Kacke der Besucher für bestimmte Zwecke. Für Forschungszwecke? Wie gesund die sind, wie die Schadstoffe in der Luft sind, weil das ist vielleicht da drin. Sag mal, ist das eh, kannst du mal sammeln, die sammeln anonymen Kot. Und schicken ihn nach Japan und verkaufen ihn dafür viel Geld. Ich sag's euch, kannst du bitte lösen? Ja, jetzt, wo wir wieder nah dran sind, dann sollen sie wieder lösen. Sind wir doch, sind wir einigermaßen nah dran? Vielleicht benutzen die das, man kann auch Strom gewinnen. Vielleicht generiert sich das ganze Museum über Exkremente und so. Richte Antwort von Lippo. Ich bin umwünscht, ich bin umwünscht. Das ist ein geileres Beispiel. 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 Ja, 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 ja. Ich sage noch, jetzt, wo wir kurz vor der Lösung sind, wollen Sie es wieder sagen. Also Sven, es tut mir leid, ich werde es euch mal erklären, warum und wieso. Sehr gerne. Schuld ist ein Wahlversprechen des Londoner Bürgermeisters Livingston. Er ging auf Stimmenfang mit der Zusage, im Falle seines Sieges würden alle staatlichen Museen in London keinen Eintritt mehr verlangen. Livingston hat die Wahl gewonnen und hielt Wort. Folge, seitdem herrscht noch mehr Andrang in den Londoner Museen. Die Betriebskosten, speziell die Stromkosten, schnellten in die Höhe. Und die Lösung hat nun zumindest für das Wissenschaftsministerium Museumsleiter John Tucker gefunden. Er will die Fäkalien sämtlicher 14 Museumstoiletten sammeln und in einem Mini-Kraftwerk verfeuern. Die Wissenschaftler nennt das Umwandlung biologischer Brennstoffe in Elektrizität. Deshalb werden die Besucher des Museums ausdrücklich aufgefordert, ihre Experimente einem guten Zweck. Zur Verfügung zu stellen. Wie schön. Und das ist richtig beantwortet. Aber die sollten, eigentlich sollten die heller einfliegen, weil die würde den ganzen Tag... Habe ich auch gedacht. Brauchen Sie nur... Brauchen Sie nur praktisch ein Atomkraftwerk. Genau so. Exakt. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Das war auch wieder sehr interessant heute. Und wir haben viel Geld unter die Leute gebracht. Herzlichen Dank dafür. Sehr gut. Mit Scheiße Gutes tun. Morgen gibt es eine neue Genial Daneben. Morgen unter anderem dabei Ingo Auschmann, Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Das war Genial Daneben für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Und natürlich auch mit Frau von Sinn und Herrn Hohiker. Das wäre schön. Und mit mir auch. Sie werden es nicht glauben. Tschüss, bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.